Die Fußball-Arenen der Bundesliga. Überall in der Republik verstreut. Wer ein Fußballspiel in diesem Stadion erleben will, der braucht eine gewisse Reiseplanung. Und dabei gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Maurice Schönefeld ist Anhänger von RB Leipzig. Und er ist blind. Auf seinem Weg ins Stadion muss er auf viele Dinge achten. Auf die Hindernisse, die da sind, sprich die Treppen. Dass ich die Treppen richtig treffe. Dafür habe ich auch meinen Langstock, dass ich merke, Achtung, hier geht eine Treppe los. Und auch, wie viele Treppen das sind. Wenn man dann mehrfach da ist, weiß man, okay, das sind erst mal 5 Treppen, dann sind es so und so viele Treppen. Da zählt man einfach die Treppenstufen mit. Aber man muss halt diese Treppen finden. Für Fans mit Behinderung wie Maurice Schönefeld gibt es den Bundesliga-Reiseführer barrierefrei ins Stadion. Seit neuestem auch mit einem Hörservice für blinde und sehbehinderte Fans. Wenn ihr nun angekommen seid, überquert bitte die Straße vor der Red Bull Arena an der linken Ampel. Die Bundesliga als großes Gemeinschaftserlebnis. Der Reiseführer ist sehr gut. Und das ist sehr gut. Und das ist sehr gut. Die Bundesliga als großes Gemeinschaftserlebnis. Der Reiseführer barrierefrei ins Stadion hilft dabei, dass auch wirklich alle Fußballfans daran teilhaben können.